Ja, hi, mein Name ist Christoph Rupp. Ich bin 20 Jahre alt, bin letztes Jahr durch Studium nach Heidelberg gekommen und spiele auf der Position 2 oder 3. Letzte Saison habe ich noch in der zweiten Mannschaft gespielt. Ja, ich kann über Nico lachen, nee, auch über mich selber. Also im Sport würde ich den Tennisspieler Rafael Nadal als Idol bezeichnen. Ich weiß nicht, mein Papa und ich sind so ein bisschen Fan von dem und finde es beeindruckend, wie der kämpfen kann.